Wir leben in einer Gesellschaft, die von Digitalisierung geprägt ist. Das bringt Chancen und neue Möglichkeiten mit sich, kann aber auch mit Risiken und Gefahren verbunden sein. Wichtig ist daher Medienkompetenz. Das ist einerseits die Fähigkeit, praktisch mit verschiedenen Arten von Medien umgehen zu können. Zum Beispiel zu wissen, wie man ein Smartphone oder eine Gamekonsole bedient, welche Funktionen Instagram hat oder wie man ein Foto via WhatsApp verschickt. Mindestens genauso wichtig ist aber die zweite Seite von Medienkompetenz, die Fähigkeit zum verantwortungsvollen und achtsamen Umgang mit Medien. Also zum Beispiel einschätzen zu können, welche Informationen im Internet vertrauenswürdig sind. Oder zu bedenken, dass Inhalte, wenn sie einmal ins Internet gestellt wurden, meistens langfristig dort bleiben. Medienkompetenz ist daher eine wichtige Voraussetzung, um die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen zu können, ohne sich Risiken auszusetzen und in Gefahr zu geraten. Unser Projekt Gemeinsam in der digitalen Gesellschaft widmet sich dem Aufbau von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen in Zeiten der Digitalisierung. Ausgangspunkt ist die Eduthek, eine Plattform des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, auf der wir Online-Lernunterlagen zu Themen rund um Digitalisierung gesammelt haben. Diese Lernunterlagen beschäftigen sich zum Beispiel mit Kettenbriefen, Internetrecherche, Falschinformationen, Gewalt in den Medien, Datensicherheit, Cybermobbing oder Zivilcourage im Internet. In unserem Projekt entwickeln Schülerinnen und Schüler diese Lernunterlagen nach den Bedürfnissen junger Lernender weiter. Das soll dazu führen, dass die Lernunterlagen ihre wichtigen Botschaften möglichst gut vermitteln. Wir haben dazu mit zwei Schulen zusammengearbeitet, einer Klasse von 12- bis 13-Jährigen aus Zwettl und einer Klasse von 15- bis 16-Jährigen aus Wien. An beiden Schulen entwickelten die Schülerinnen und Schüler Videos, um die vorhandenen Lernmittel zu erweitern. In Zwettl wurden zusätzlich auch Quizzes zusammengestellt. In mehrzägigen Workshops lernten die Schülerinnen und Schüler, wie man mit professionellem Kameraequipment umgeht und wie man Schnittsoftware bedient. Die Schülerinnen und Schüler waren sehr kreativ. So entstand zum Beispiel ein fiktives Bewerbungsgespräch, bei dem frühere Internetaktivitäten des Bewerbers schwere Konsequenzen haben. Also das geht echt zu weit. Es tut mir leid, aber es schadet den Ruf meiner Firma. Bitte gehen Sie. Nein, es tut mir leid, aber gehen Sie bitte. Oder es wurden spezielle Kameraperspektiven und Bildeffekte gewählt, um die Botschaft des Films zu unterstreichen. Die Bandbreite der gewählten Genres erstreckte sich unter anderem von der Whiteboard-Animation, über kurze Realfilme bis hin zur Veranschaulichung mit selbst gebastelten Kärtchen. Zusammenfassend wird Medienkompetenz in unserem Projekt auf verschiedensten Ebenen gefördert. Zum einen gibt es die Endprodukte der Workshops, die fertigen Videos und Quizzes und die darin enthaltenen Botschaften. Andere Kinder und Jugendliche können diese Endprodukte zum Lernen nutzen. Mindestens genauso wichtig wie das Produkt ist aber auch der Prozess der Produktion. Durch das aktive Tun, die Vertiefung in Inhalte, das Ausprobieren und kreative Umsetzen ergeben sich wesentliche Lerneffekte für die Kinder und Jugendlichen, die am Projekt beteiligt sind. Besonders Schülerinnen und Schülern, die scheu davor haben, sich in der normalen Unterrichtssituation zu Wort zu melden, kommt das konkrete Tun in der Kleingruppe sehr entgegen. Sie finden hier eine Situation vor, in der sie sich trauen, ihr Können zu zeigen und sich zu entfalten und das gemeinsame Tun erleichtert die Kommunikation mit anderen. Auch was gelernt wird, ist vielschichtig. Die Schülerinnen und Schüler erwerben praktische Fertigkeiten im Umgang mit Medientechnik, sie erweitern ihr Wissen über Internetphänomene und sie erfahren Sensibilisierung, lernen also, diese Phänomene einzuordnen und zu hinterfragen. Oder, wie eine Schülerin es treffend formuliert, Stelle keine Bilder oder Videos ins Internet, die du später bereuen könntest. Jemand könnte diese gegen euch verwenden. Das Internet erinnert sich an alles.